Hallo Leute und willkommen zum neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich gerade im Keller, weil ich den Kartoffelsalat heute runtergebracht habe, den wir heute abends zum Grillen benutzen. Vorausgesetzt mit Grillen, weil irgendwie ist das alles ein wenig komisch heute. Auf jeden Fall steht der da jetzt und ich mache mir zuerst mal Frühstück und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich hatte dann den Auftrag von meiner Mama schnell des Hasens oder zu den Hasen zu bringen und habe mir dann überlegt, doch nichts zu frühstücken, weil irgendwie schon viertel elf war oder so gewesen ist. Ähm, und dann habe ich mich noch ein wenig rausgesetzt, weil mein Papa eben auch da gesitzen war. Und, ähm, ja, die Pflanzen sind mittlerweile bestellt. Ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem anderen Video gesagt für die Pflanzung da. Und, ja, ich werde euch jetzt mal schnell zeigen, wie der Radio angebracht ist. Ähm, und zwar ist das nicht der, wo ich letztes Mal in einem Video gezeigt habe, sondern der, wo ursprünglich bei uns oben im Mundzimmer gewesen ist, weil der andere nicht dahin gepasst hat, so wie es jetzt dasteht. Und ich zeige euch jetzt einfach. Und zwar sieht das jetzt so aus. Ähm, die Antenne wird noch nach hinten rausgemacht und, äh, das Kabel meine ich auch. Und, ja, da hinten an die Wand wird noch so ein LED-Streifen gemacht, wie er im Außen ist, ähm, wo ich euch schon mal gezeigt habe in einem Video, ähm, damit es nicht so dunkel ist. Ähm, ich persönlich hätte da einfach nur eine Lichterkette hingemacht, aber, ähm, da sind zwei Herrschaften dagegen. Und, ja. Die Mama hat vorhin noch einen Kuchen gebacken für morgen, ähm, weil sie dazu nicht so schön in Anlass, ähm, gehen. Und, ja, deswegen gibt's Mama einen Kuchen. Deswegen hat sie den auch gerade gemacht. Und ich gesäge mich jetzt rein. Bei uns gibt's halt Schänzeln, das mit reißen Nudeln zum Mittagessen. Ich denke, dass das jetzt dann auch so langsam angefangen wird. Ähm, und, ähm, dann kommen nachher nochmal jemand zu Besuch. Ähm, dann geht meine Mama auf Rosenkranz. Und, ähm, entweder die anderen zwei bleiben da, oder sie kommen erst später, oder keine Ahnung, das wussten wir jetzt selber noch nicht so genau. Ähm, und, ähm, ja, auf jeden Fall wird jetzt erst mal das Essen vorbereitet und dann gegessen. Und, ja, ich trinke jetzt da, ähm, Vanellekaber und das ist jetzt sozusagen mein Frühstück. Ich komme jetzt gerade aus der Dusche und, ähm, werde nochmal schnell, äh, mein Zimmer ein wenig durchsaugen und das ein oder andere noch wegräumen. Und, ähm, habe mich jetzt auch gleich schon angezogen. Ähm, Top und Kreuzeröfe. Ähm, von einem Blut-Dunger-Blau. Und, ähm, ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so fortgehe. Ähm, weil wir gehen nachher nach Schlafehof und laufen und trinken dann noch einen Kaffee. Und, ja, meine Eltern sind jetzt gerade zum Rosenkranz gefahren, ähm, da ist noch jemand aus unserer Family mit. Und, ähm, der Nudelsalat für heute Abend zum Grillen wurde auch schon mitgebracht, ähm, weil wir grillen heute Abend. Und, ja, so Leute, ich habe gerade noch, ähm, einen Haul für euch angefangen zu trinken, der aber noch nicht ganz fertig ist, weil dafür noch, was, ähm, am Mittwoch kommt, hoffentlich. Ähm, und habe jetzt gerade dann noch danach mein Zimmer schnell durchgesaugt. Und, ja, jetzt warte ich, bis die anderen kommen. Und, äh, dann geht es für uns nach, ähm, sag ich, nach meinem Milzdorf zu Schloss Seehof. Und da laufen wir dann einfach ein wenig und trinken Kaffee. Und, ja. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis der Grill warm ist und danach, bis wir essen können. So Leute, ich werde jetzt hiermit das Video beenden, ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Tschüss!